Und gerade eben ein Telefonat mit der neuen Partei, die Partei des Fortschrifts oder kurz PDF, hier zu sehen. Und bitte hier unten an dem runden Ding immer schneller drehen, 1,5-fache Geschwindigkeit. Dann vorher ein ganz langes Telefonat, wieder mit Bündnis 21, die Pinken. Sehen Sie ja da auch. Und nach Bündnis 90, die Grünen, Bündnis 21, die Pinken. Die kommen jetzt und wir haben gesehen, wir müssen darüber diskutieren. Nun, ich habe versucht, dort vor allem den Begriff einzuführen, guter Markt und schlechter Markt. Und das ist eben, dass vielen Leuten die Kenntnis fehlt, dass aber bei der PDF, also Partei des Fortschritts, war das sehr gutes Gespräch möglich über guter Markt und schlechter Markt. Und da müssen wir aufpassen, denn es gibt ja eben viele Marktradikale, die glauben, dass Markt immer gut sei. Nein, man muss die Rahmenbedingungen schon so gestalten, dass sie zum Nutzen aller Menschen sind und das ist dann guter Markt. Und im Moment läuft sehr vieles zum Schaden aller Menschen. Also sozusagen die Frage wird sein, eine Kooperation mit die Basis Österreich, AT, Bündnis 21, die Pinken und PDF, Partei des Fortschritts, da mal sehen. Und wir müssen uns ja dann irgendwann natürlich auch entscheiden, wen wir unterstützen, für wen wir bei der Durchführung der Reformen in den Ministerien zur Verfügung stehen und bei wem nicht, denn darauf werden die Wähler natürlich achten. Denn Reformen durchführen können, das ist ja ein Riesenunterschied zwischen einem Parteiprogrammspunkt und der Kompetenz, diese Reformen auch gekonnt durchzuführen zu können. Und da können wir uns natürlich nur exklusiv für eine Partei äußern, damit sich die Parteien nicht gegenseitig die Stimmen wegnehmen. Wir könnten natürlich rein theoretisch auch allen Parteien bei der Durchführung der Reformen zur Verfügung stehen, würden aber dann eher einem Bündnis entgegenwirken, weil dann ein Grund weniger da wäre, sich mit anderen zusammenzuschließen. Und das macht eigentlich, diese Zersplitterung macht sowieso keinen Sinn. Es wäre ja schön, wenn dann ein Bündnis 21 die Pinken mit Basisdemokratischer Partei und PDF rund um die Ideenschmiede der Next Scientists for Future und ihrer Kritiker oder ihre Kontrapunkte gebenden, Gegenargumente gebenden, wenn da also die Schmiede der neuen großen Volkspartei Mitte Links sozusagen erwachsen würde. Ja, dann haben wir hier simulierte Volksentscheide, also kurz Nachrichten, simulierte Volksentscheide, nein, simulierte Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, entscheiden durch die großen bekannten Wahlforschungsinstitute Ja, also wir haben es ja im Moment, wenn Sie irgendwo googeln und wollen die Wahlprognosen hören, die Voraussagen, die Umfragen sehen, dann sehen Sie immer, dass da fünf, sechs Institute in Konkurrenz zueinander stehen und die einen sind mal etwas näher dran an der Realität als die anderen und so weiter an dem realen Wahlergebnis. Von daher sind diese Wahlforschungsinstitute in dieser Hinsicht relativ wahrheitsorientiert. Das Problem ist, dass man, wenn man jetzt durch diese Wahlforschungsinstitute simulierte Vorwahlen, Mini-Volksentscheide durchführen lassen würde, dann kann man nicht sicher sein, ob diese Wahlforschungsinstitute, die ja alle auch eine politische Vorliebe haben, ob die da nicht dann beeinflussen und manipulieren und die Daten verfälschen. Das kann man nicht voraussagen, weil eben bei den Prognosen für die Wahlausgänge, da gibt es dann hinterher das reale Wahlergebnis und dann heißt es, naja gut, dieses Institut ist ja unzuverlässig. Ja, aber das gibt es ja leider dann bei einem simulierten Vorwahlen-Mini-Volksentscheid nicht, weil man, wie soll man das überprüfen? Da müsste man ja wieder eine große Wahl machen, nämlich einen großen Volksentscheid machen. Aber wir halten mal diese Idee im Kopf, dass man die Wahlforschungsinstitute, die bekannten Wahlforschungsinstitute auch beauftragen könnte mit solchen Vorwahlen-Mini-Volksentscheiden. Mit solchen simulierten Vorwahlen-Mini-Volksentscheiden. Nur Vorsicht, das kann sein, dass das dann zu Manipulationszwecken missbraucht wird. Also müssen wir da vorsichtig sein. Also da ist es mir dann doch lieber, wir lassen die Bundeswahlleiter, die Landeswahlleiter wirklich echte Vorwahlen-Mini-Volksentscheide durchführen und dann haben wir wirklich konkrete Ergebnisse. Ja, dann haben wir hier als Nachricht, kurz Nachricht, die Frage, die man an viele stellen muss, die sich so oberflächlich mit Politik beschäftigen, ist, Wie viele Jahrzehnte haben Sie bitteschön Wissenschaft studiert über parasitäre Meme? Also über Killerviren des Geistes oder vorteilbringende Irrtümer. Denken Sie nur daran, zum Beispiel viele glauben, wenn wir das Gesundheitssystem verstaatlichen oder in öffentliche Hand nehmen, dann wären alle Probleme gelöst, weil ja dann das Profitinteresse weg wäre. Aber genau das stimmt nicht. Denn die Ärzte tragen Unmassen an parasitären Memen im Kopf, die sie schon während des Studiums gelernt haben und die zu einer übermäßigen Anwendung von Medikamenten, Operationen, Chemotherapien, Impfungen und ähnlichen Dingen führen. Und das würde überhaupt nicht korrigiert und hinterfragt werden, nur wenn die plötzlich ihr Geld als Beamte bekommen oder von Staatshand oder von Staatswegen bekommen. Da würde sich erstmal da nicht viel ändern. Vielleicht die krassesten Erscheinungen, es gibt ja manchmal solche Erscheinungen, wo eine finanzielle Verdienstmöglichkeit innerhalb kürzester Zeit zu neuen parasitären Memen in den Köpfen der Ärzte führt. Das würde sicherlich etwas geringer werden. Aber es wäre eben doch nur eine mangelhafte Reform. So als Notlösung, als Übergangslösung zu einem besseren Gesundheitswesen, solange man noch nicht die erforderlichen Mehrheiten dazu hat, könnte man mal eine Zeit lang vorübergehend ein staatliches Gesundheitswesen machen. Ja, aber vorübergehend für eine Zeit lang. Denn ideal ist diese Lösung keineswegs. Genauso habe ich gesprochen mit der Vorsitzenden von Bündnis 21, die Pinken, darüber, dass es ja sein kann, dass es vielleicht gerade noch keine Mehrheit gibt für die Einführung von Volksentscheiden, Wohlfühlstimmen, Vorwahlen, Mini-Volksentscheiden, Medienreform und Übungsvorwahlen, Mini-Volksentscheiden, Talkshows und simulierten Vorwahlen, Mini-Volksentscheiden oder simulierten Volksentscheiden oder Vorwahlen, Mini-Volksentscheiden. Und dass, solange es dafür keine Mehrheiten gibt, aber wenn es dann paradoxerweise doch Mehrheiten dafür geben sollte, erst einmal die Amtszeiten der Politiker zu begrenzen, zum Beispiel nur noch einmal gewählt werden können und dann noch einmal für eine Viertelamtszeit oder so, darüber kann man nachdenken. Einmal nur gewählt werden, das ist gefährlich, weil dann, wer arbeitet dann die neuen Parlamentarier ein, die völlig ahnungslos sind, wie das Ganze technisch abläuft, mit den Gesetzen machen und so weiter. Da müsste es eine Übergangszeit geben, dass jeder Parlamentarier noch verpflichtet ist, ein paar Monate nach seiner Amtszeit die Leute einzuarbeiten, die dann danach kommen. Dafür müsste es dann eine Regelung geben. Aber wie gesagt, auch das wäre aus meiner Sicht nur eine Übergangsregelung, wenn man die guten Lösungen, die richtigen Lösungen, nämlich Belohnung von Politikern für Förderung von Gesundheit, Wohlfühlen, Langlebigkeit und Wohlstand der WählerInnen, wenn solange das noch nicht geht, kann man solche Übergangslösungen machen. Es ist aber nicht gut, solche Übergangslösungen direkt sozusagen als oberstes Ziel hinzustellen, denn man sollte schon die richtige Lösung als oberstes Ziel hinstellen und dann schreiben, übergangsweise kann man zum Beispiel die Amtszeiten der Politiker auf eine Amtsperiode und danach drei Monate unterrichten, der Neukommer, der Neuanfänger im Parlament oder so. Solche Wege, so kann man das formulieren, aber es ist nicht so sinnvoll, die Notlösungen als Endlösungen zu signalisieren. Dann gab es ein neues TV-Format, ein Fernsehformat, wo also eine total verklemmte, wo lauter verklemmte, erzverklemmte, heutige Kapitalismus-Neurotiker sozusagen gezeigt werden, die alle erschrecken vor ihrem sexuellen Wesen in sich selber und wir sind alle ja erzogen zur Verklemmtheit, denn nur verklemmte Menschen enden am Ende in maximaler Konsumsucht immer wieder. Und das muss man eben auch zum Thema machen und es ist schlimm mit anzusehen, wie diese Leute sich in diesem Sendeformat, wie die sich also sozusagen, anstatt zu akzeptieren, dass es doch völlig natürlich ist, dass immer man vielleicht kurz daran denkt, für eine Sekunde, dass man mit dieser Person vielleicht auch schönen, spaßmachenden Sex haben könnte und so weiter. Anstatt daraus, also verklemmte Menschen machen daraus innerlich ein Drama und fangen dann an, diese Gedanken bekämpfen zu wollen, um die sexuelle Unterdrückung perfekt zu machen. Aber wozu? Also das ist halt, also wie gesagt, das ist auch noch ein Thema. Ja, ich glaube, das war es mit den Kurznachrichten für heute. Tschüssi, bis bald. Na?